Ja, großes Getümmel jetzt bei den Schiffen. Hängt sich, glaube ich, an der 109 dran, Vorsicht, der nördlich rausfliegt bei den Schiffen auf 25. Ja, großer Luftkampf fährt Salo 10 über den Schiffen. Ja, Viktor, also runter. Ich gehe nochmal das eine Schiff hier an, ich werfe meine Dicke jetzt noch. 809 hat 6. Das hilft nichts, Oxfield. Nord, das, was Dewey gerade gemeldet hat. Brennen alle Schiffen. Hängt noch weiter, ich gehe noch ran zu fahren. Das östliche fehlt noch. Ich habe das westlichste jetzt gepumpt. Gleich ist da auch ein unzerstörbares Puff. Der ist weg, oder Oxfield? Drei Schiffe brennen auf ihm. Spitfire, nörd, nordöstlich der Schiffe auf Deck in Alisa. Oh, da hat eine Speed fast eine Stuka gerammt. Das eine Schiff ist noch entfernt. Zwei Speed, die sie am Deck. Das östliche. Ja, wirklich, ich komme runter, ich bin, glaube ich sehe eine. Komm bitte runter zu den Schiffen und versuche die Weiße. Ah, da ist noch hinter hier, es sind zwei da. Ja, zwei Speed, die sie am Deck. Ja, zwei Speed, die sie am Deck. Eines Speed geht rein, der bin ich getroffen. Ja. Die ist drinnen. Habt ihr teilweise noch Bomben? Ich gehe auf die Bombe. Ja, ja. Erfolgen ist... Ah ne, passt. Kann sie, hatte ich die Gaffe auf der Dach dazu. Muss mich rausziehen. Ich gehe mal noch auf das östliche Schiff. Ja. Da sitze ich dahinter. Alle Schiffe brennen, Louis. Ich komme ran. Ja. Ah, sorry. Auf geht's. Oh, da sind noch mehr. Ich komme nochmal zurück, ich gehe mal auf das östliche Schiff. Ich habe auch die dicke Bombe. 20er. Da sind noch mehr Schiffe. Da hängen noch zwei weit östlich. Eine Stuka Richtung Süden. Ich bin bei dem anderen Schiff auf Deck. Ich bin dahinter. Ich bin bei dem anderen Schiff auf Deck. Ich bin hinter mir. Boah. Ja. Schöne Treffer. Super. Schönes Treffer. Ja, ich bin raus. Wir versuchen das östliche Schiff noch wegzukriegen. Geht Karaja, das passt du. Da hat gerade eine noch mal drauf geworfen. Ja, ich bin sicher. Geht rein. Sehr schön. Hoi du.